oh hey da was geht ab leute hongyang scheinplatz ausgestiegen da seht ihr meine alte schule und da vorne rechts findet der raid statt die jungs sind schon da ich habe ein kleines paket für die jungs paar überraschungen das seht ihr in den videos live stream beginnt auch gleich ob das richtig leiden wird so wir sind gleich da das ist die arena erstmal ist übrigens ein pinselnest was nicht schlecht ist was eigentlich ziemlich schlecht ist aber ihr wisst bin sie mein liebling oha exzellent geworfen richtig geil dann zeige ich euch mal die arena was die jungs reingestellt haben richtig schlecht ja enttäuscht mich jungs wartet wenn sie nicht so viele fax machen würde und ok so schneller ein bisschen kalt mein arm friert ein ok so schaut euch die arena relaxo heiterra genera was da wogegen gut ist wie wir es mit meinen zwölf machung meist so ich bin da die jungs leiden die sind angespannt noch eine runde die schlechte arena von denen das hat sogar das buch von der rizekos eingestellt der ist auch noch jetzt auch noch schwach gegen machung mal fehlt nur noch das butter und das eine machen aber jetzt muss ich mich leider umloggen wer wer von den jungs hat in sechs kasse machen weiß wie du sagt ich habe zwölf aber ich habe nur geert ihr habt gesehen was für pokémon er hat kein kommentar ein pokémon ist business so morgen seid ihr live dabei egal wir müssen jetzt paar sachen gehen wir sehen uns wir sehen uns so ich habe eine kleine stärkung für die jungs dabei was ich habe sogar zwei stärkungen für die jungs für die mitte kungen um mein gott war erst mal alles konnte gar nichts da kann bringt uns also wir wissen wer es mir geschickt hat zwei ich habe mir geschickt hat kommt bei den link ist und das ist nicht für die ich habe die einfach nur üblich gewonnen hat das nachspeise weil das hier habe ich noch von drei gut was zum trinken flüssigen lagung ich habe mir geschickt das ist eine münchner das nachspeise dann ist eine münchner firma die ist zufällig in der landwehrstraße greift angeht landwehr ja bei fd irgendwo auf jeden haben die ihr geschickt weil dachten sie sich passt eigentlich gut zu pokémon wenn man viel unterwegs ist dass man eine nahrung halt eine marzeite ersetzen kann macht das mal bitte jemand auch immer kurz noch was sie mir so geschickt haben was ich so erwähnen muss bei protein 27 jahre mine alles gut oder laktose und glutenfrei und gleich rein gleich runter und genau moment link und ist unter der beschreibung für die jüngste ich mache es gibt zehn prozent rabatt mit dem code 10 zwei weitere geschmacksorten definiert aber das wichtigste ist moment so es ist halt kein protein shake also das besser als ein protein shake fang doch nicht einfach so an jetzt habe ich deine reaktion nicht gefühlt richtig unprofessionell ich bin echt gut man wie monte joghurt soll flüssig schokolade oder schokolade kornig warte erstmal schütteln natürlich Mh. Ich kann ja probieren. Gleich. So. Was ist los? Geht dein Handy nicht? Nee, ich hab Power-Wenger. Ich hab's auch gleich Power-Wenger anschließend. Und? Mh, das schmeckt echt gut. Ja. Ja, echt wie Monte. Mh. Echt lecker, man. Jungs, ihr müsst füttern. Danke an White Food. Damit sollte das Mewtwo in der Tasche sein. Film Korei, film Korei, film Korei. Wo bist du noch füttern? Das sind eher die ersten zwei, Mann. Richtig lecker. Oh mein Gott. Richtig schlechter Schauspieler. Oh mein Gott. Ich hab so das Ding in die Hand gekriegt. Richtig schlecht. Aber das ist aber echt schlecht, Mann. Das ist eigentlich echt gut, ja. Das ist richtig lecker. Was ist mit deinem Namen passiert? Das war immer so. Wenn ich 40 wurde, also zwei Monate, wenn ich 40 fährt, neue Damen. Das ist schon so hoch. Mein Gott. Wusstest du das? Ja, ja. Ich hab's erst gestern erfahren, oder? Das ist Saiyajin, Alter. Ich bin echt tot, Mann. Weil ich fand nicht alle meine Feinde, Mann. NPL Alex fand ich echt besser, Mann. Ja, Mann. Aber echt. Oh mein Gott. Du gibst deinen Namen. Du bist doch der Held von N... Neu Perla. Genau. Neu Perla. Und jetzt 089 Saiyajin, Mann. Was ist das, Alter? Ich bin für ganz München da, Alter. Alter. Ich bin der Sangoku für München, Mann. Okay, der ist da. Warte, hier. Bitte. So. Also, mach mal privat, oder? Mach mal privat. Ich hab E-Screen Decoder an. Nice. Okay, nice. Mach einen auf. Was machst du jetzt? Da ist irgendein öffentlich. Es geht los, Leute. Haha, ist Puffer. Haha, ist Puffer. Geil. Also, äh, Code ist Pikachu, Blumanda, Taupsi. Jetzt hab ich gepusht. Was? Pikachu, Blumanda, Taupsi ist Code. Sehr nice. So. Pikachu, Blumanda, Taupsi. Error. Uh. Error? Haha. Hör zu auf. Es kam echt ein Error, aber. Wir haben mal letztens ein Netzwerk beigehabt. Oh, okay. Drinnen? Ja. Ich hab keine Ahnung, was da überhaupt für Pokémon hat. Tati, drinnen? Ja, Mann. Ja, Mann. Für mal Tatis Leid. Okay, der hat kein Fokus. Tati? Ja, zwei Despotas wird vorgestellt. Ja, der hat kein Fokus. Zeig mal. So. Mein... Einiges... Wieso keine sechs Despotas? Weil ich keine sechs habe, oder? Endschlecht, Mann. Endschlecht. Und jetzt? Wie hast du? Wie bitte? Wie hast du? Fünf? Ja. Alle, Max? Ich bin jetzt schon auf. Ja, ich. Ja? Hast du genug Bomben? Hast du genug Staub? Es geht gerade nicht um mich, oder? Danke. Koray, bist du bereit? Ja. Ich bin seit... Ja, mein Kollege hat... Ihr habt sein Team... Ihr habt sein Team letztens gesehen im Video. Das, was Hong und ich ausgesucht haben. Zeig mal dein Team. Echt? Ich habe das beste ausgesucht, was der Arte, Mann. Ich habe keine guten YouTube-Kinder. Kein Kommentar. Ja, das ist okay. Das ist echt okay. Hat der Geist-Attacken-Gänger? Der hat zwei Geist-Attacken. Der hat Unlicht und Schreie. Oh mein Gott! Wer kommt von da hinten, Alter? Oh mein Gott! Zawasch! Pünktlich! Letzte Minute. Was geht ab heute? Wir haben eine Einladung. Was ist da los? Weniger als normalerweise Einladung. Und eine rote Arena, Mann. Sehr nice. Wie sieht die Teams? War nicht heiß, Mann. Letzte Nacht war sie noch in die Arena. Ja, ja. Also ich hätte sicher gelb gemacht, aber... Ich durfte nicht. Aber Kolaj, warum nicht gelb? Gelb ist eine schöne Farbe, Mann. Ist okay. So, fängt der Kampf an? Jetzt. Los geht's. Pinnen Sie meinen Freund, oder? Der wird mich zum Sieg führen. Der Letzter, oder? Ich fühl mal die Leiden von allen. Hau für die Outfit, Mann. Ja. Der sieht schon krass aus, Mann. Okay, also ihr seht ja, wie sie sich so schlagen. Ja, easy. Also... Alter, der wird echt easy, Mann. Easy, easy, Mann. Easy. Schau mal, wie schnell der runter geht's. Die Münchner Community echt zu krass, Mann. Was ist Berlin City Lightning, Mann? Alles dank White Food. Alles dank White Food? Alles dank White Food, Mann. Kommt, White Food. War echt lecker, Mann. Warte, ey. Savas, kriegt auch noch eine? Mein Gott, warum kennt, Mann? Verteilt Ding bei mir. Savas, für dich? Probier, Mann. Bitte probieren. Alles, wenn ich klick's, Alter. Ja, hey, Pokémon ist Serious Business. Eigentlich Yu-Gi-Oh! Aber okay, Pokémon. Alles, was ich mache, ist Serious Business. wife is Serious Business foundations. Schmeckt lecker, hä? Firma in der Landwehrstraße Münchner Firma, neben in der FT sogar, also in der Nähe von der FT? Hab 한שר da mal gehabt. Nein, einfach nein. Schaut in die FT nicht in das FT-V sleeve. Yня, FT Fulltip? mein Gott, was hast du gegen den FT auf einmal? Nein, Alter, die waren Endscheichtssponsor. Ja, und? Aber der Laden... Schaut's da echt nicht vorbei, man. Die sind echt überteuert, voll unfreundlich. Geht's da nicht hin. Geht's da nicht hin. Geht's nicht ins FT, Alter. Bitte schick ihm das Video, Alter. Ihr wisst, ich hab recht, Alter. Ihr wisst, ich hab recht, Alter. Alle am Kämpfen, alle konzentriert. Hogan so, wenn's kommt, dann kommt's, wenn nicht, dann nicht. Scheißegal. Aber ein bisschen fangen, üben. Robin, da siehst du's. Nächstes Mal gibt's nichts, Hogan. Maxis, 27, 76, 75, was war's? Okay, Jungs, zeig's mal. Okay, viel Glück ein, gell? Fängt's das Ding, muss schauen. Erstmal, wieviele Bälle? Fängt's das Ding, Alter. Zwölf! WP-Anzahl? 2,202, Mann. Koray, bei dir? 2,243. Ja, dann ist es dein oder der Beste, Koray. Koray ist echt den Beste, das. Komm jetzt, Tati, zeig, was du kannst. Fängt direkt. Schau, glaube ich, wie ich mich bemühe für dich. Exzellent, oh mein Gott. Ja, auch beim ersten Mal. Okay. Ist er drin? Nein, sehr gut. Dann kann ich öfter werfen. Probieren, ne? Ja. Nochmal Exzellent. Nochmal Exzellent. Nochmal Exzellent. Stark, stark. Aber immer noch. Alter, einfach fabelhaft. Ist er drinne? Film Tatis Leiden, lieber. Einmal? Ja! Zweiter Ball, Alter. Nach so langer Zeit, Alter. Endlich, Glückwunsch meinem Bruder. Alter, grenzt der Tati. Tati hat's. Robin, was ist denn los, Robin? Bei Hong will er nicht drinbleiben. Man sieht, Koray geht weg. Seine Leiden sind da. Er hat noch eine Bälle, Mann. Geh mal weg, ich will Koray filmen. Hast du ihn? Mein Kollege Riyad hat ihn auch. Attacke 12. Robin, 4 von 4 Exzellent. Er bleibt nicht drin. Ich hab' ein schlechtes Gefühl, mein Freund. Bitte fang ihn. Er nennt das Koray mehr Leiden. Okay, der Erste, der nicht Exzellent war. Da seht ihr, er hat ihn... Keiner hat's eigentlich gegönnt. Jeder hat ihn, außer Robin. Wie viele Bälle hat Robin noch? Okay. Ja. Also, ich kann ihn gut fangen, gell? Wer sich mir anvertraut, oder? Sicher nicht, oder? Da steht der Bus auf der Infoscheibe. Oh mein Gott, was war das für ein Wurf? Tut mir leid, Robin. Jetzt wird's langsam knapp in der Welt. Echt jetzt, oder was? Sechs hast du noch. Oh mein Gott, ich krieg dein Herz. So. Oh mein Gott, ich traf kein Exzellent mehr. Es ist vorbei. Es ist vorbei. Wie viele Bälle hast du noch? Fünf. Ja, wow, easy, Mann. Es ist vorbei. Für Robin, Leute. Hashtag für Robin, Mann. So, nimm mal noch das Pinsel mit dir, Leute. Die lassen. Viele Bälle noch? Fünf. Ich traf kein Exzellent mehr. Ja, okay. Ja, Mann, Exzellent. Da sehen wir Koray. Das ist die Fangstation für alle. Wie viele hast du noch? Vier. Das ist ja jeder Exzellent, außer zwei. Die hab ich verworfen. Einfach fernhaft. Einfach fernhaft. Exzellent. Ja, das ist ja für dich Robin. Für dich. Sehr nice. Der Nets verschicken. Der Nets verschicken. Der Nets verschicken. Wie, 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 wie? Ja, genau. Hast du ihn, du hast? Irgendwas mit 40. Genau mit 40. Meiner hat unter 90%. Also im Livestream? Leiden. Leiden. Wir sehen es eh nicht, aber... Es ist nochmal eine kurze Ansage an alle, die es mir nicht gegönnt haben. Mew2 in euren Arsch. Zeig Alex. Ich hab's dir null gegönnt. Ich hab's dir null gegönnt. Oh mein Gott. Ich leide echt, Leute. Ich leide echt. So. Das war's vom Mew2 Raid. Tati hat ihn gefangen. Kogai hat ihn gefangen. Riyad hat ihn gefangen. Ich hab ihn gefangen für Robin. Nur bei einem Mädchen ist es leider abgehauen. Tut mir leid für sie. Ich glaub noch einer, aber dabei bin ich mir nicht ganz sicher. Soll ich noch von Kogai ausrichten? Er hat sogar für zwei versucht es zu fangen. Bei der einen ist es leider abgehauen, weil da waren echt keine Bälle mehr übrig. Da hat sich schon zu viele verworfen. Aber für den anderen. Er hat gegönnt. Und sein Bestes gegeben. Und ihn für den anderen Typen gefangen. Das soll ich euch von Kogai ausrichten. Ansonsten natürlich schreibt unten in die Kommentare. Ob ihr Kogai gönnt. Ob ihr Tati gönnt. Ob ihr meinem Kollegen Riyad gönnt. Dann schreibt noch rein. Ob ihr schon Mew2 habt. Und ob ihr schon eine Einladung habt. Das war's von mir. Wie mal liken. Subscribe. Kommentieren. Check die anderen Videos ab. Check Facebook, Instagram und Twitter ab. Check den Shop ab. Vergesst nicht. Pokémon is serious business.